Ein Crewmitglied ist von der AIDA Perla gefallen. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Perle gibt unter den AIDA Schiffen. Es sind doch alle schön, diese Schiffe. Kreuzfahrt finde ich persönlich sehr gut. Da mein Vater Kapitän war, bin ich auch schon auf so großen Schiffen gewesen. Und wir hatten früher, als ich Kind war, auch ein Segelschiff. Das war sehr schön. Wir sind da mit überall Dänemark rumgetourt, Inseln, Helgoland und was weiß ich nicht alles. Also war sehr schön. Ich hatte da eine Kindheit, teilweise auf dem Segelschiff. Ich durfte mit drei sogar schon, na wie nennt man das, ans Lenkrad, ans Rad, ans Steuerbord. Ne, das ist was anderes. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, genau. Also wie gesagt, da ist jetzt ein Crewmitglied runtergeflogen und nicht wieder aufgetaucht im Ärmelkanal. Und die sind in Hamburg nämlich gestartet, heute Morgen. Und da war alles in Ordnung. Und irgendwann setzte der Kapitän dann Funkspruch ab im Schiff an die Passagiere und sagte, Mann über Bord und beziehungsweise der Vermisste solle sich melden. Also von der Crew, nicht von den Passagieren, sondern von der Crew. Crew ist immer die, die dort arbeiten und eh auf dem Schiff sind und ihr Geld verdienen. Und die Passagiere sind dann die, die dann, wie gesagt, in Urlaub fahren. Ja, also wird vermisst, im Ärmelkanal wohl vom Schiff gesprungen, gegangen, wie auch immer, gefallen. Und Ärmelkanal ist groß, also die Überlebenschancen auch da sind eigentlich gleich null.